So, da sind wir auch schon mit der nächsten Aufgabe, nämlich tanze auf einem Klombo und ihr seht, was ist hier vor mir? Richtig, Klombo. Es gibt ja in dem Sinne keinen festen Standort, wo die sich so befinden, aber ich behaupte, in dem Standort, also in dem Bereich hier, findet ihr immer einen. Also ich habe jetzt hier einen gefunden, dann ganz entspannt, wir probieren mal was anderes aus, aber ich glaube, der macht uns wieder alles kaputt. Und zack, einmal hinten drauf bauen, einmal ein Emote ausprobieren und so einfach habt ihr das geschafft und es ist wirklich nicht schwer. Wie gesagt, haltet euch hier so in diesem Bereich auf, einfach überfliegen und da werdet ihr jetzt sehr safe empfinden. Ihr seht ja, hier ist ja auch ganz einfach geklappt und in dem Sinne euch auf jeden Fall noch viel Spaß mit den Aufgaben und haut rein.